Hey Leute, ich bin Deria, Art-Tiktokerin und Künstlerin und heute stelle ich euch mein neues Buch vor, Get Creative Now. Ich werde euch zeigen, wie ich zu meinem eigenen Artziel gefunden habe und wie ihr das auch schaffen könnt und wie einfach es eigentlich ist, kreative Inspiration zu bekommen. Da ich fast täglich Kunstcontent auf Social Media hochlade, gibt es auch zu den jeweiligen Kapiteln immer einen QR-Code und wenn ihr diesen scannt, dann kommt ihr auch direkt zu dem dazugehörigen Video. Ich werde euch auch zeigen, wie ihr Kunst und Social Media verbinden könnt. Ich persönlich habe verschiedene Filter genutzt auf TikTok. Dieses Kunstwerk ist entstanden durch einen TikTok-Filter. Ich werde euch in dem Buch nicht zeigen, wie ihr ein perfektes Gesicht malt oder ein perfektes Haus. Ich will euch zeigen, wie ihr eure eigene Gedankenwelt nutzen könnt und damit schon tolle Kunst schaffen könnt. Und wenn ihr auch gerne noch weitere Einblicke bekommen wollt, könnt ihr auch gerne auf meinem Instagram oder auf meinem TikTok vorbeischauen. Da lade ich nämlich regelmäßig Kunstvideos hoch und vielleicht inspiriert das euch. Ich werde euch in dem Buch nicht zeigen, wie ihr euch in der Videobeschreibung. Ich werde euch in dem Buch nicht zeigen, wie ihr euch in der Videobeschreibung. Ich werde 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 euch in der Videobeschreibung. Vielen Dank.